Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir befinden uns immer noch auf Elum und sind auch noch da, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Wir machen jetzt ein paar PvE-Quests zusammen, damit ihr mal seht, wie das Ganze aussieht. Wir haben hier einen Comlink-Droiden, den müssen wir töten, weil da bekommen wir einen... äh... wie heißen die? Äh, solche Daten, Sprachdaten, Comlink-Daten oder wie auch immer. So, werden wir gleich sehen. Der Droide ist nicht so schlimm, den kann man schnell, den macht man schnell platt. Eigentlich gehen alle Quests sehr schnell hier. Bis auf die Helden-Mission, das ist relativ viel, da muss man sechsmal so Pfeiler aktivieren und dreimal ganz dicken Droiden besiegen. Aber das zeige ich dann in einem Extra-Video. Heute erst mal so ein paar leichte PvE-Varianten. So, was kriegen wir jetzt? Wie heißt das? Ach, Kommunikationsprotokoll, genau so hieß es. Das kriegen wir damit, aktivieren wir dann an Signal. Und dann können wir uns schließen auch schon die erste Mission ab, dann. So, ich habe das natürlich jetzt nicht aktiviert in meinem Dings, weil ich ja... Äh, lalala, 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 weil ich den Taurus brauchte. So, da müssen wir hin. Oh. Das war die falsche Taste. So. Das hier ist übrigens ein... ...Helden-Missions-Pfeiler. Diesen dicken muss man dreimal töten und wenn man hier auf das... ...Steuerung klickt, dann kommen drei Feinde... ...in unterschiedlichen Variationen raus. So, das muss man sechsmal machen. Dafür braucht ihr mindestens... ...zwei. Ich habe das mit unserem... ...tollen, gelehrten Heiler gemacht, der wirklich Ahnung hat von seinem Job. Und das war schon... ...das war schon heftig. Das war schon ziemlich knapp, da was da hingekommen ist. Und diesen Kristall, den müssen wir auch sammeln. Das ist die einfachste Aufgabe hier, Kristalle sammeln. So, wo ist denn jetzt jeder da? Das Ding müssen wir aktivieren. Aber erst ein bisschen die Druiden weg. Da, 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 da. so ich bin im moment sehr viel aber ich werde jetzt viel kraften mit meinem schurken dd sehr schön so ein schleicher ich habe auch schleich auf level 50 ich habe zwei das war wieder hilfe das mal granate sprenggranate und vollautomatik ich finde schwarz blauen kristall so genial der sieht so geil aus ich toll so ja das ist die erste mission war eine kümmerung machen probieren wir die mal dies manchmal etwas verpackt das muss man verschiedene zum beispiel mit baum koordinaten voraussuchen und manchmal droppen die einfach nicht ist besetzt dann suchen wir uns was anderes wenn da drei verschiedene umeiern bringt das überhaupt nichts dann stehen wir da nur rum so dann sagen wir mal ein bisschen kristalle auf hier müssen auch tiere töten die tiere haben chips und ja nicht die zum essen ich kann das ja mal zeigen vielleicht droppen die hier was so das sind die etwas schwereren gegner hier bei einem gefechtsexemplaren so datenship droppen die die müssen wir sammeln und dann können wir so eine art maulwurf ich weiß jetzt den namen nicht aber sieht wirklich aus dem maulwurf der kommt auch aus der erde raus hervorrufen den müssen wir dann auch besiegen die gri das ganze event basiert darauf dass die gri daten sammeln über die art wie das imperium und die republik kriege führen das heißt die beobachten die taktiken und wie sie sich halt so machen im krieg und alles was was ihr hier macht die ganzen quests die in den gri als kampfanalyse dafür deswegen haben sie ja auch diese tiere hier ausgesetzt mit den daten chips so immer schön sammeln wir fahren jetzt hier hoch da hinten müsste dann ein da ist ja da ist der maulwurf wie heißt er die raider wühler so heißt das ding das konnte dann rufen wenn ihr alle daten chips gesammelt habt die pfe mission die gehen sehr gut alleine bis halt auf die helden mission wie gesagt da braucht ja schön sind drei leute also jetzt habe ich dir noch zum falschen naja was wollte ich nicht sagen habe ich vergessen ah ja genau helden mission dann müsste mindestens drei leute sein so schön wären drei oder ein sehr guter heiler und dd oder halt zwei dd ist ein heiler oder sowas mit viel geht es natürlich schneller alleine müsst ihr schon sehr sehr gut sein ich habe schon leute gesehen die alleine diesen dicken droiden der kaputt gemacht haben das waren aber alles tanks schatten tanks und die sind immer um diese pfeiler herumgelaufen so und auch ab hier merkt deutlich dass ich als heiler gespielt bin gerade so hacker ist mein lieblingscharakter geworden ich finde ihn toll da drüben sind piraten und den hier müssen wir 20 töten so das geht recht fix über raum koordinaten 1 von 2 diese kristall sieht echt so geil aus nicht so ein schweigen gehabt dass diese zerlegte waffe gedroppt ist ist da sogar ein rakata kopfschutz ist gespielt den habe ich auch gekriegt aber den habe ich einen gildenkameraden gegeben der hat noch keine entsprechende ausrüstung gehabt so die haben auch schon die grüße schon an so sieht ihr im einsatz aus der die blaue an so wie kriegen die technologie die müssen wir sammeln soll ich was ich zeigen wollte in diesem zelt hier gibt es das teil ja dann war datenspeicher das gibt wissen über die piraten glaube ich das sollte ich ansehen habt ihr hier ich zeig noch mal auf der karte das ist hier oben spieler minus 2325 komma minus 949 da findet ihr dieses wissen so so zack ein noch und dann müssen wir diese typen noch töten hier das jetzt meine dass mich in ruhe granade buch das war das so ich müsste sollte mich vielleicht mal heilen die ak was machst du jetzt mal mach mal was jetzt wofür habe ich dich denn mitgenommen du bist der dd hier machen wir wissen was meine brauche ich hat die meditaten die cloud so ich muss aber noch ein paar erledigen ich muss mal ganz kurz gucken was muss ich erledigen das ist das ja eine grüte technologie und vier typen 123 123 1234 nämlich doch die hier abschusszahl steigt keine technologie ich wollte mich doch verarschen das ist echt ein großer unterschied ob dd oder heiler und schaden näher dd gibt es doppelt so schnell die sachen zu erledigen mit dem heiler ist es entspannter zumindest was lebenspunkte angeht da ist eine technologie habe ich schon gesehen damit können wir dann den infos rufen wenn die damit fertig ist kann es euch passieren dass sogar euch imperiale helfen hatte ich schon dass imperiale mir geholfen haben und andersrum das republikaner einfach daneben stehen und nichts machen das ist sehr unterschiedlich wo ich warte hier einfach mal ja sehr gut wie sieht er da ist ein kommando der einem hexer hilft eine tolle rüstung da da und da haben wir wieder den back den ich seit letzter zeit immer habe hier kann der melden kann ich nicht weil die nicht weil die dann helfe ich meinen kollegen so dann mache ich jetzt den hier so plasma granate und haft granate drauf captain jacko ich freue mich schon wenn ich alle teile für meine attentäter droiden zusammenhabe alle gecrafteten teile da muss ich noch ein bisschen kaufen bisschen mats kaufen und raiden sozusagen muss ich auch aber das kriege ich irgendwie hin wenn ich die wenn man die dailies macht nicht ganz gut hin ich habe gesehen dass sie doch relativ günstig im aktionshaus sind ich habe mir ich hätte gedacht dass die so bei 500 1000 liegen so ein teil so ein matrix molekular irgendwas das sind kompetent der helix genau dass die bekommt ihr wenn ihr die helden mission abschließt und dafür könnt ihr euch dann die waffe kaufen wenn ihr entweder 18 für die kleinen waffen wie zum beispiel blaster und lichtschwert oder 24 für die gewehre aber das war es auch wieder von dieser folge ich weiß gar nicht wie lange ich jetzt gespielt habe ich habe nicht auf die geguckt aber ich denke zwei missionen reichen erstmal aus für diese folge und wir sehen uns dann wieder auf bis dann nicht melde mich ab tschüss